sehr gut da sind wir wieder nach dem kleinen Kot der gerade kam und weiter geht's ne man ja ach schalte der aus der Spitze des Projektes auf jeden Fall und des Projekte lieb da oben überfragt oder fort das ist halt im Endeffekt so wie geht aber Aua Bei dem Mais kann man den nicht hauen Doch geht Was ist das denn? Oh ne Was ist das für felsige Blöcke? Die glühen Wie die glühen Oh, die haben ja eine Animation drin Das sieht man bei dem nicht so gut Nö, nicht wirklich Na ja Hast du schon verzaubert gerade oder was? Wir haben noch unten schon die ganzen Bücher Ich wünsche mir Level 5 Level 6 Wie hast du verzaubert denn schon? Wir kommen auch unten in die Bücher rein Oh, wie ist es deine Spitzhocke? Ja, die habe ich da reingelegt Ja, vorhin 3, Spitz 2 Was hast du verzaubert denn alles? Weiß ich nicht Bücher nimmt halt Aber welches Level immer? Äh, 30 Also erst diesen nicht 30 Sie sind ein bisschen gefunden Und 1, 30 Alter, kleiner Augenblick Kurz was ranstecken Was ranstecken? So Ja Da musste das Headset Da noch was dran gesteckt werden Das von Kassett Also Funkkopfhörer Ich werde ja nicht mal das Headset verwendet Was zu gucken Brauche Holz hier Kassfi Ja Das muss nur obere Stockwerk-Stock, äh obere Stockwerk, sein, bleiben um jetzt mal hier den kauer körper kommen wir ja du kannst mal hier ein bisschen kommen ja du bist du kopf spring mir mal den berg hier nicht mal eine kräfte im buch wenn es geht nachts ist gut eine so größere berge ist dann kannst du creeper effektiv dafür nutzen so und so perfekt das haus muss aber ein paar mehr fenster kriegen auf jeden fall ist ja gut 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 48 glas hier besonders genügend sand um glas zu bringen ja ich habe das glas gebrannt der glas bereichend mein irgendwie ist voller dreck so hier mit mit oder dreck hat man hat ich will nicht spring ja das kenne deckel drauf machen Oh, Dreck, Meck, Meck, Dreck, Meck, Meck, Meck. Oh. So, einmal noch hier, Deckel drauf. Oh, wir kriegen Fenster. Ja, der Fenster ist endlich an Werk. Dachdecker, Kuchenkosten zu den Diensten. Dachdecker machen aber keine Wänsterscheiben, in dem Sinne. Die lassen nur Dachdecker, das ist frei. Ja, und der Zimmermeister, geht doch. Der Verglaser. 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 Nicht der Verglaser. Nicht der Verglaser, sondern der Verglaser. Und der Vergaser, ne? Äh, hin und wieder hin, doch. Der Verglaser. Äh, hin und wieder. Ah, die Scheiben gefallen mir nicht. Hätte ich dir von Weitem aus sagen können, dass das scheiß aussieht. Was ist das? Ja. Ja. Oh ja, was haben wir jetzt schon mit der gefunden hier? Wie? Warum meine Insel enthalten, der enthält auch Rohstoffe nur beim abbauen. Ungewollt, aber sie müssen hier weg. Oh. Oh. Na 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 na. Oh. Inventar voll. Brauchste Dreck. Brauchste Dreck? Brauchste Dreck? Ich kann handeln. Ich brauche nicht Ando, ich laufe über meine Insel. Nachgucken. Ah. Oh, da kommt schon wieder ein Creep an. Ich habe keinen Schwert. Ah, Gott! Ich habe gar keinen Schwert. Mhm. Oh, der Spitzhacker muss mich verteidigen. Oh, jetzt muss ich mich bewegen, ja. Njung. Oh! Oh, im Moment auch voll. Na Gott, zum Haus gehen? Ah! Ah! Wir haben kaum Kabel. Ach schon, wenn du aus dem Haus raus gehst, hast du ein Creeper. Gleich vor der Haustür. Ach, mir oder so. Soll er mir egal sein. Jag das Haus in der Luft. Du bist doch der, der das Haus wieder aufbauen muss. Hehehe. Creeper, komm her. Ja. Hey Creeper. Ja! 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 Und du machst noch mehr Kisten hin. Ja, aber keine Kisten mehr mit Platz. Muss ich mir was einfallen lassen. Ja. Einmal einsammeln. Blub, 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 blub. So, im Inventar schon wieder voll? Ne, noch nicht. Och, diese Steine die habe ich im Inventar nicht, du Blödmann. Hehehe. er ein P-Sys mit dreifacher Wirkung raus ja jetzt hast du genau das gleiche normal drinnen hehehe ja so verstehst du du Spion? das mit Absicht hier so diese fette Glasfront gemacht ja damit er spannen kann hier ich arbeite auch noch mal ein paar Fenster rein so Spanner hier Spanner da Junge lass mich in Ruhe Hä Spanner Alter Guckst du dir an der Crafting Box ran oder was? ich würde es liebste die Stinkefinger bauen und in deine Richtung zeigen lassen da irgendwie gerade das geht ich glaube verriegen würde ganz böse Ahnung dass hier draußen der Creeper umlaugert ja oh Gott ja da ist er schon mit der direkt in das Fenster springt und gleich explodiert so so gleich haben wir die Insel abgetragen auf eine Ebene auch außer natürlich die Löcher dich immer wieder reinschlagen hier aus Versehen dann macht schon wieder Musik ja 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 der Blut im Blut der Blut im Blut holy shit ja 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 da ne gewohnt ja rostrund sogar saugur und Marble drones Ich bin grad beim Bienenkästen heisst ich suche mir jetzt mal ein paar verschiedene ne sag schnell What if Ähm suche mir jetzt mal hier mehrere Baumarten zusammen wie zum Beispiel der hier in der Kunde 1 ja das ganze Loch weg so ganz kurz mal alles in Leeren hier so da nach vorne noch keine einzige Klarscheibe ja ich hab jetzt ja genug warte ah davon sind Birken Trees war irgendwo in der Nähe auch noch ein Schneebiom war ja irgendwo noch ein Schneebiom Prozent die hat irgendwo aber ich brauche die an und selbst links ab links